Was macht eigentlich ein kaufmännischer Sachbearbeiter? Wir geben dir einen kleinen Einblick, welche Aufgaben zu diesem Beruf gehören und welche Skills benötigt werden. Als kaufmännischer Sachbearbeiter ist man in der Regel für die Verwaltung und Organisation von Geschäftsprozessen zuständig. Sachbearbeiter arbeiten meist im Innendienst eines Unternehmens. Sie unterstützen dabei den Vertrieb, die Personalabteilung, das Qualitätsmanagement oder den Bereich Auftragsabwicklung und Buchhaltung. Konkrete Aufgaben können dabei sein. Erstellung von Angeboten, Rechnungen und Auftragsbestätigungen, Pflege von Kundendaten, Banken und Stammdaten, Überwachung von Lieferterminen und Bestellungen, Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und internen Abteilungen. In diesem Beruf ist es wichtig, dass man gut organisiert ist und ein gutes Verständnis für Geschäftsprozesse und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge hat. Darüber hinaus sind gute kommunikative Fähigkeiten und ein freundlicher Umgang mit Kunden und Kollegen von Vorteil. Du suchst einen neuen Job im Bereich Verwaltung und Finanzen? Dann sprich uns an. Mehr Infos findest du auch auf unserer Webseite www.experts-talents.de unter dem Bereich Jobfeld. www.experts-talent.de unter dem Bereich Jobfeld.de 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 unter dem Graduate yervilke patches.de bis zwei ignored Verständlers.de unter dem Bereich fishoke Calm有福 ver accomplishment. Von 챙 Care素 dir. Zu naught, wenn du auch darauf ach wiring kom Fund know. takeч vi proof. Wir ololuoluoluoluoluoluoluoluoluoluoluoluoluoluoluoluoluolas cube status. ную risik Com Benio constitu gummi某 Romfeld.de unter dem Bereich, Schmerziger Quantisch Prattung nos ö橋 cuerpi übern había! Bis zum nächsten Mal.